Los. Danke. So, jetzt gucken wir doch mal, wie ich euch wüpse. Ja, du hast keine Maut, wirklich nur. Geh mal als Support mit dir, das wird sonst... Ja, bitte. So, wie mach ich das hier? Aha, okay. Wir haben eine Öffnung, ja, hier kommt gleich... Was ist das hier? Also, ich skill mit Artanis immer unheimlich gerne, dass, wenn mein Prisma daneben geht, ich das Mana wieder bekomme und der Cooldown runter geht, weil ich treffe damit so häufig daneben, dass es sich echt lohnt, das zu skillen. Vor allem, hat Hotz keinen Frame Limiter oder so? Ich spiele hier mit 120 Frames. Das brauche ich gar nicht. Zu viel. Ich habe die Einstellung nicht gefunden. Das sind meine zweite Attacke, verkrüppelnde Sporen. Ähm, wenn du dein Gift auf einem Gegner drauf hast, also entweder dein passives oder das von deiner ersten Fähigkeit, kannst du das drücken und dann wird er geslowt. Okay. Dann kannst du später noch skillen, dass er dann mehr Schaden kriegt und so. Eigentlich ganz cool. Der Wisp ist halt so ein ganz normales Aufdeck-Dings. Also, ist eigentlich nicht so geil, finde ich. Ja. Ich habe den ausgeschissen. Ich habe mit dem Rücken in die Richtung gestanden, wo ich hingeschossen habe. Es sah aus, als ob ich das Ding ausgeschissen hätte. Was ist denn dieses Irrwisch? Achso, ja, okay. Äh, ich bin hier unten alleine. Nö, der Tazada ja auch. Achso, der Tazada ist weg, oder was? Ich bin auch alleine. Der Tazada ist hier in der Mitte. Aber der Stitches ist richtig scheiße. Und da ist das noch von oben. Okay, alle zu dem Altar, bitte. Meinst du? Sofort. Ich bin... noch Mitte. Nö, mal kurz mal einer. So, ich bin schon dran vorbei. Junge. Da ist keiner mehr. Da ist einer, ich habe ihn. Nein. Das war doch nicht dran. Oh, der Tazada. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich heile mir hier den Arsch ab. Ich habe mein komplettes Mahner durchgeheilt. Oh. Ah, ich bin weg. Nö, ich werde noch schnell. Das kriegen sie. Das war schlecht. Müssen wir besser machen. Nein, nein. Aber noch ist nichts verloren. Nö, alles gut. Es sind ja nur vier Leben. Bis jetzt. So, jetzt pushen wir mal schön hier durch. Müssen wir im nächsten Mal ein bisschen geschlossener fighten. Waren ziemlich weit auseinander. Weg hier. Weg hier. Sind zu viele. Drei Stück top. Okay, hier ist einer Mitte. Ich komme top. Der top zieht sich gerade zurück. Okay, dann bleib ich mit. Ja, die kommen Mitte. So, machen wir mal hier locker. Außer der Typ, der ist natürlich afkar, so gefühlt. Ja, der ist einfach stehen geblieben. Dreck. Oder auch nicht. Komm hoch. Okay, also hier kriegen wir nur einen. Versuchen wir den einzukriegen. Juhu. Oder wollen wir versuchen zu contesten. Kann ich hier nicht schneller reiten? Immer ganz kurz den Brunnen. Sonst habe ich zu wenig Mana auf dem Brunnen. Wir wollen contesten. Raynor ist noch Mitte. Und hat unser Ding jetzt gekillt. Ich bin unterwegs. Das tut nichts. Die haben den. Ich bin noch nicht sicher. Und gleich wieder. Ich kann gleich wieder alle. Leinen. Hey, du kommst. Hilfe, ich sterbe. Ich kann nur alle drei Sekunden heilen. Der Gaslo ist so nutzlos. Jo. Was macht denn der jetzt? Ich hätte fast den Raynor noch gekillt. Boah, da ist er. Komm, huck, 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 huck. Ist er tot. Jetzt holst du euch. Oh nein, ich komm hier nicht raus. Der Stitch ist auch nicht. Hahaha. Nice, good job. Haben die beide gekriegt? Ne, wir haben einen gekriegt sogar. Ah, bringt mich viel zu chasen. Ich geh zurück zur Base. Wir sollten mal Camps machen. Ja, mach den Turm. Hau ihn weg. Ich bin doch gleich unterwegs, Locke. Ja, ich habe das nur gepinkt. Ich werde da jetzt nicht umgehen und das selbst machen. Also ich kann mithelfen, aber ich mache das nicht allein. Gaslo kommt. Okay, Gaslo geht weg. Nein. Warte, ich bin doch gleich da. Ne. Nein. Aber scheiße. Ja, ich stelle doch auch. Hier oben. Das war schieß. Wir sollten mal gucken, ob wir das Gegner Camp machen können. Ja. Obwohl, die gehen alle runter. Was sollen die denn hier? Ich soll vielleicht unten weiter pushen hier. Können alle kommen. Ja, sind alle weg. Ich muss nur der Gast los. Der macht das Ding einfach. Bei dir haben wir was gemacht. Ja, super. Jetzt verlieren wir noch mal live. Wie viel verliert man da? 4. 4. Also ich freue mich, weil ich glaube ich noch mal mit einem Kanon oder so. Die kommen zu euch. Ich glaube, wir sind auch vorbei. Ja, 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 wir sind auch vorbei. Jetzt müssen wir contesten. Wir brauchen beide. Hier links. Komm mit. Da. Ich bin da. Ich bin da ja. Ich versuch die unten ein bisschen aufzuhalten. Ich komm, wir haben was hier. Der muss sterben. leute damit nein das ist nicht wahr guck wie viel leben der hatte mit zu holen wieder runter und runter und runter hier kommen klingeln klingeln ist tot unterwegs ich brauche hilfe haben wir den um schon kommen wir entgegen morel kommen entgegen und bis jetzt bin ich unten alleine da unten haben wir das schon oder ne unten haben wir schon ich hab ihn gleich ich hab ihn gleich abhiel den laser sind jetzt back einfach back einfach back kein sinn zu verhalten gerade wir sind alle low und wir haben wieder vorsprung dadurch dass wir unten den bekommen haben und das keep von denen gekriegt haben dass der ding sich jetzt wiederholen wird also wir haben halt hier den vorteil dass wir halt viele pusher haben wir hatten das ding unten da ist ja dann machen die gerade wir machen unten das camp passt auch die gegner sind nirgendwo zu sehen doch die sind hier in der mitte glaube ich ja die haben deren camp gemacht da kommen sie da kann ich meinen gerade so und will die von neu ist wir sind immer noch hier unten wie geht es nicht mit der schaden hier oben die werden sich jetzt den gast erholen teig ist es weg und bei uns da einer ist bei uns einer weisen bei uns drei ganz runter zum schreien schnell ich hätte das defended irgendwie ne nicht sind es vier können wir da kämpfen oder können wir da nicht kämpfen ich hab ulti wir bereuen wir sind level 13 also das ist der zauberer hier wie heißt er denn ja den meine ich das ist die mann ist na es ist die oben haben gekriegt wir haben unten pushen und das ding entholen müsste ich chasen das was so geht es natürlich auch ein krimi schlecht down das gibt ja jetzt mit dem minuten oder mitte das versuchen der laser steht gerade ja dann lasst das kommen auch jetzt alle wieder da kommen sie alle weg schade wenn ich nicht erwischt hätte mit dem swap ja wahrscheinlich angehen oben holen sich das kampf wieder machen ja ich bin unterwegs zu unseren das ist hier und ist auch fast dauernd so halb stehen noch hier unten gefahrt nicht noch damit hat er nicht gerechnet man das hast du gesehen müsste man nachholen gleich kiebeck ich brauche kein meiner mehr aber können dass er noch nicht contesten fast ich würde sagen wir treten also in sieben vorne kein grund risiko zu gehen oder kommen aber auch nichts guckst du an ja und wir sind alle low gerade ich weiß nicht ob wir da wirklich sein sollten ich bin nicht da nein komm der hatte fast nichts mehr dann schild der gaslo kommt aber ein bisschen früher ran aber der war tot naja wir haben zumindest den kriegt bisschen mehr mana und wir hätten die noch alle gekriegt schade sehr sehr schade wir könnten gleich mal versuchen den boss zu machen ja wir versuchen denen doch eine chance zu geben ganz klar boss meinst du ja also der gaslo holt jetzt mitte das ding und dann bis dann sollten wir den boss so down haben dass das funkt hoff ich zumindest oder lass mitte gehen schnell der russer da muss sterben was ist das für ein nassebo das ist unglaublich aber beide einfach stehen nur rum keiner versucht auch nur irgendwas zu dodgen nein wow was war denn jetzt los die zwei gegner sind tot das geht noch schnell geholt sauber würd's gar nicht tanken mich freuen wenn das jemand anders übernehmen könnte aber komm mal äh kriegt ihr den boss hin? ja ich kann er heilen sagen wir mal sich nicht von zu viel treffen heilt euch halt ein bisschen ne der macht schaden ach so altare oh scheiße ja ja wir kommen ich brauche mich back und bin reiter runter ne nehmt schon einen überleben lebe ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin da ja es war genau der sekunde wo ich ganz knapp man aber ich hab deren heiler mitgenommen also wenn er jetzt richtig fokus macht dann ist das wir sind ja ich bin blinded teuer siehst du boss und den noch und das keep in der mitte geht nicht down wunderbar viel besser hätte es nicht laufen können jo aber ich muss mal rücken ich hab keinen mana mehr ich bin wirklich anscheinend richtig gut mit der Thanos wusste ich gar nicht okay also mit dieser Lunara läufts besser als mit Shugai mure okay vielleicht hab ich die auch immer nur scheiße gespielt oder so weiß ich nicht aber mein Problem mit der ist halt das Wisp ist total nutzlos und die hält halt wirklich gar nichts aus das was? das ihr wisch ja ist halt echt nutzlos aber zum Sachen aufdecken ne mehr ist das nicht ja genau deshalb es ist halt nicht so sinnvoll ach da war er zu langsam push mal oben ein bisschen gegen ich hab den ach nein wir haben den Kälters noch gekriegt ähm ähm alle verlangsamt könnten da auch fighten ne äh ich bin nicht da ne ja das ist aber schon ein Kälters ist auch tot also und die anderen waren auch schon low ja das ist ja gut wo mir den Hexenmeister weißt du seine Spinnen alter tot? wo ist der? ja was macht der Decker? nein 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 sind hier alle irgendwie der Decker steht neben dem Typen jetzt können wir ordentlich kontakt jetzt ist vorbei naja es sind drei wir kriegen mindestens zwei sind ja alle tot von denen ja hol die wir holen die den links und den rechts und dann passt du brauchst nicht runter ne okay hol den rechts wir holen den links ja ist er da ja ich werde hier ein bisschen locker hol den leg 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 Ahu. Schön? Sehr schön.